Was machen meine ganzen Stream-Kollegen, die für ihr Geld noch arbeiten müssen tatsächlich? Da wollen wir doch jetzt mal ganz kurz gucken, was die so machen. Traurig, dass die Jungs keine Privatiers sind, aber gut, das kann mir nicht jedem so gut gehen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, was Montana Black und Co. alles so treiben. Okay, let's go! Oh, ich weiß nicht, gibt's irgendwas zum angucken? Satter Hugo, hat noch keine Subs gegriftet, schon was drauf, Digga. Digga, einfach mal eine USA-Animation-Clown-Kuss. Na gleich, danke dir. Ja komm, gucken wir, satter Hugo, jalla. Evo, raus, grüße, genau. Das ist das Geile, ich bin jetzt einfach für ganz lange Zeit nicht in diesen dämmlichen Clip-Compilations drin. Ich fühle mich wie Papa Platte. Extrem cool. Er hatte die Flasche nicht offen. Keck W. Was läuft, was? Hast du gesehen, dass Monte gesagt hat, vor 100.000 Leuten wäre bloß nicht wie grün? Mich schockt nichts mehr. Läuft willkommen zum nächsten Video. Nichts läuft, Mann. Ich bin Balu. Danke für den Film, gibt es. Was bist du? Ich bin Baluigi. Bei dem Event bin ich übrigens auch eingeladen gewesen. Ich habe Amar dann auf korrekter Basis natürlich da rechtzeitig am gleichen Tag noch abgesagt. Ich dummer Huchensohn. Du bist der böse Bruder von mir. Oder bin ich Vario? Okay, ich habe die noch nie gesehen. Ich habe das Game auch nie gezockt. Hat er hier zwischen die Beine gefasst und hochgerogen? Und vorne sogar noch angefasst? Ey, jetzt lasse ich mal so stehen. Kein Problem. Muss nur fünf stärkster Mann der Welt sein und dann darf man alle intim berühren oder was? Das ist kranker Sch***. Die ziehen durch? Halt es. Machen die? Oh, so wichtig. Ne, es ist einfach mal wieder. Es ist einfach mal wieder perfekt. Es ist einfach mal wieder perfekt hier. Ich labere die ganze Zeit und nichts kommt an euch. Ähm, einfach nur perfekt. Auch da bin ich extrem froh, dass ich gerade keine FIFA-Packs öffnen muss. Oh mein Gott, Eli, wie schmeckt dir das? Ich weiß, EA und ich, die sind hier, Mann. Hier macht er den Sitz nach vorn oder hinten. Hinterm Lenkrad, der kleine vor und zurück. Ihr seid alle riesengroß machten ganz nach hinten, außer Eli. Ja, Eli haben wir auch einen Kindersitz. Ganz wichtig, das Ding funkt. Wow, what the f***? Was macht ihr auf meiner Spur? Hallo? Was ist denn hier los? Das waren sie auf unserer Spur. Das wollte ich sie gerade fragen. Jetzt ist das Essen da, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, die letzte Runde. Oh, Mann, Digga. Der hat puren Luxus, ne? Es ist wichtig, wenn du durch deine Augen guckst, dass du nicht hinten links auf die Zeitschrift guckst, okay? Alter, hinten mit Champagner, Jimmy, dir geht's ja sehr gut. Oha. Ja, das ist das Problem da hinten. Was ist denn das? Oha. Digga, wieso mach ich die ganze Zeit mein Mikrofon aus? Guck, wo der Tisch ist, maybe. Hier ist niemand, Mann. Ich bin alleine. Der Einzige, der hier ist, ist der Hurensohn. Und bei Gott. Irgendwann fick ich dich. Ähm, ja. Ja. Wer hat denn da das Spittenmagazin hingelegt, du? Das war's an der Stelle immer wieder. Bin ich wieder mute? Nein. So, das ist dein Desktop. Wow, clean, Mann. Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime ist kostenlos. Twitch Prime ist kostenlos! Er hat recht. Das wird auch ziemlich funny, finde ich ehrlich gesagt. Falls ihr euch wundert, dass ich manchmal so komplett an der Kamera vorbeigucke, da gucke ich mir den Regelzettel nochmal ganz genau an. Ja, ha, mein Bruder! Was ist denn hier los? Hilfe! Ich bin unschuldig, unbewaffnet. Hier rein! Weiter an die Wand laufen. An die Wand. Kann ich Ihnen helfen? Hast du Kabelwinder dabei? Nee. So, Jungs, passt so, wir machen das so. Ihr legt die Waffen auf den Boden. Ich habe keine Waffen dabei, leider. Ja, du sollst ja auch nicht an die Wand. Achso, Entschuldigung, weitermachen. Entschuldigung, ich gehe einfach weg, Mann. Ja, Entschuldigung. Weiß ich nicht, Space ist doch über Enter, oder nicht, ne? Space ist nein. Er hat die falsche Taste gesagt. Wenn du auf Held gehst und dann auf... Kollektion. Ne, auf Aussehen. Ich passiere ganz schnell zurück, ohne es zu speichern. Was ich hier gerade gemacht habe, ist abhartig. Alter. Sag Bescheid mir nur, wenn du... Oh, da kann ich bei ihr kein Baden. Sehr gut. Ja, das ist die, die dir das Schwert wirft. Also, wenn du da die Attacke einsetzt, dann wirbt dir dieses drehende Schwert. Das ist richtig stark, wenn du in der Gruppe das rein... Wie kann... Was ist das für ein Game? Alles werfen, was sie will. Ich will das auch zocken, was ist das für ein Game? Bruder. Verliebt. Weißt du, was mit Solution ist? Er hat sich ja den Finger gebrochen, bei diesen Uri Geller... Fuß... Na kacka? Na racker. Ah. Voll Dingens da. Elevate. Elevate. Uri Geller, oder? Aber liegt mal wahrscheinlich auf... Melly, Kuss. Daran, dass meine Eltern... ADF Liebe, du auch. Ich habe mich zum Beispiel bekommen haben, als ich 18 war. Ich bin ein bisschen anders groß geworden. Vom Alter her. Okay, warte, so ein Auto hast du noch nicht gesehen, ne? Oh, das fährt aber schnell. Wie heißt das? Das ist ein McLaren Senna. Oh ja. Und der fliegt quasi die meiste Zeit. Ja, warte, ich glaube wir müssen zurückfahren. Das ist ja geil. Und ich frag mich, warum der immer kaputt ist und immer in der Werkstatt ist. Willst du nicht mal fahren mit dem Auto? Aber wir sollen ankommen, ne? Ja. Ich komme auf jeden Fall weiter als du. Das will ich sehen, Wato. Dann müssen wir das mit Frank verschieben. Oh, doch nicht, doch nicht. Okay, doch nicht, doch nicht. Warte, vergiss nicht zu bremsen. Holy... Also das ist ja... Das hättest du mir vorher sagen sollen. Ich komme auf jeden Fall weiter als du. Wie viele Tausende Streamers spielen das gerade live? Digga, dein Ernst? Was? Äh, der Junge hat sich erschrocken. Digga! Land mal wieder. Wie? Ah! Ah! Mann! Hat er gefallen. Ohhhhh Hannemal... Schwere! Schwere Beamtbeleidigung... urgdlied Sciences Landserv 스트�� восkech Sohn Was bist du denn für die neue Nummer, du Travis? Warum so aggressive? Man wird einfach Onlinebrüder mit denen. Ich habe jetzt wieder... Hör ich nicht... Es hat sich ja einfach nichts geändert, wo ich weg war, oder, bis jetzt? Verli-K-Controller, ich raste so aus mit diesen dämlichen Farben. Ladekabel, du Geist, hab ich die Kämpfers angespuckt, Mann. Das riecht so ab, Mann. Was ist denn das für ein Spielzeug? Achso, ein Messer einfach, okay. Welche Gliedmaßen möchtest du verlieren? In meiner linken Hand. Okay, na dann leg mal deine Hand auf den Tisch. So, komm her. Oh, mein Be- Oh, f***, sch***, mir wird die Hand abgeschnitten. Digga, what the f***. Meinst du nochmal 2021? Oh, einfach Tanzobot, Kilian einfach noch eine Einsendung. Kuss und Gruß geht raus an ihn. Original verklebt noch. Äh, welche Version ist das überhaupt? Das ist doch die gute Version hier, oder? Ha. Wo steht denn das überhaupt, Digga? Ha. Gibt es eine gute und schlechte Version? Warte mal, welche Version ist denn das hier? Keine Ahnung, steht hier gar nicht drauf. Auf jeden Fall ist es eine PS5. Eigentlich wird man dabei immer sofort freigelassen, die da. Oh, der Weihnachtsmann greift an. Double Kill. Was ist denn dieser Server? Big King, kurz geht raus. Hast du was zum Reagieren hier, kannst du hochladen. Digital CD-Laufwerk ein mit drin. Bitte? Triple Kill. Habt ihr keine Waffen? Roger Kill. Oh, Mist. Penta Kill. Ja, das ist der Weihnachtsmann. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. So geil, Chat. Der haben wir uns so gegönnt. Der kriegt jetzt eine Bundeswehr-Lackierung. Haben wir so ein geiles Bundeswehr-Fahrzeug. Oh, noch geblitzt worden dabei. Entspannend. Ach, Digga. Das wird schon wieder so ein Clip. Ich habe schon wieder keinen Bock drauf. Was ist denn da passiert? Wisst ihr, wie ich es gehasst habe? Schichtarbeit und Samstag arbeiten, wie ich es gehasst habe, Digga. Äh, Samstag Nachmittag, Bundesliga. Alle meine Jungs können gucken, weil sie arbeitslos sind oder einen normalen Job haben, in Anführungszeichen. Bruder, ich f*** wie ein Dulli bei der Arbeit. Äh, ich habe es gehasst, Digga. Ja, du hast ein schweres Leben, Bro. Hab ich gehasst. Wie oft ich samstags gearbeitet habe, okay, gut, ich. Also während meiner gesamten Ausbildung einmal. Deswegen war ich dann auch am Ende zwei Jahre krank. Das war ein witziges Video.